Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video der RSFM. Heute geht es um das Thema hohe Volatilität am Markt. Die nächsten Tage und nächste Woche werden sehr spannend und wir gehen von vielen Fischerkerzen aus an dieser Stelle. Ebenso besprechen wir heute Bitcoin, Ethereum, Aptos, Link haben wir mitgebracht, Solana, Audios, Einstiege und hierzu dann noch Final Tamadoge. Wie immer alles nach dem Intro. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video der RSFM. Heute schauen wir uns gemeinsam die Zahlen an. Ab morgen gehen die ersten Zahlen in die erste Runde. Das heißt, auch hier erwarten wir erhöhte Volatilität ab morgen. Das heißt, erhöhte Volatilität, bitte Achtung, wenn Sie hohe Hebel benutzen, an dieser Stelle auch, das heißt, ab morgen hier die ersten Zahlen. Dann schauen wir uns hier gemeinsam am Freitag die nächsten Zahlen an und dann natürlich kommende Woche hier am 1. Februar gibt es einiges und dann der 2. Februar noch und dritte nochmal signifikant. Das heißt, die nächsten Tage und dann kommende Woche werden wir erneut Pumps & Dumps sehen. Machen Sie sich davon gefasst. Wer das mit uns traden will, unterhalb der Videobeschreibung finden Sie alle Informationen. Wir bereiten uns auch hier auf ein Szenario vor, haben auch schon ein aktuelles Szenario vorbereitet und für alle, die das Ganze erlernen möchten, was Sie auch täglich bei uns im Kanal sehen, wir haben sieben Jahre Wissen hier in den Kurs reingepackt und dieser Aktion und dieser Preis gilt nur noch sechs Tage. Daher, wenn Sie Interesse haben, unterhalb der Videobeschreibung, auch in Ratenzahlung möglich, finden Sie alles unterhalb der Videobeschreibung. Ja, dann starten wir direkt los mit Bitcoin. Wie sieht es hier aus? Unsere Primärerwartung, muss man sagen, sieht noch gut aus, aber auch hier gehen wir ja aktuell davon aus, dass wir nochmal einen Push nach oben sehen könnten durch die Zahlen. Das heißt aktuell, wir schauen uns gleich bei Ethereum und auch hier wird es nochmal klarer, gehen wir von einem etwas kleinen Push hier nach unten in diese Region und von dort an weitere Anstiege zu vermelden. Nichtsdestotrotz ist dieses Szenario, das wir zu Beginn mal bemessen haben, natürlich auch nicht vom Tisch. Nichtsdestotrotz gibt es die Möglichkeit, hier direkte Anstiege zu verzeichnen. Ja, wir schauen uns mal an, ob es für uns ausreicht oder ob wir hier nun direkt tiefer kommen und abverkaufen. Das ist aktuell noch abzuwarten. Aktuell sieht es nach dem Bogen hier aus, dass wir hier diesem Szenario folgen, aber wie gesagt, solange wir das noch nicht bestätigt haben, werden wir hier noch nichts weiter konkretisieren. Für uns persönlich ist das ein sehr wahrscheinliches Szenario, aber wie gesagt, wir möchten darauf hinweisen, dass oftmals vor Entscheidungen der Markt auch dumpt und dann entsprechend wieder pumpt, um entsprechend hier gegenzuwirken. Das heißt auch hier müssen wir jetzt einfach mal abwarten. Viele Shorts sind jetzt bereits auch im Markt, denn es sind sehr markante Zeichen, aber wir könnten auch hier einen erneuten Squeeze reinkriegen. Deshalb, wir warten das Ganze aktuell ab. Wir schauen uns das Ganze unter Seitenlinien. Wir haben bereits ein Szenario, das schauen wir hier nun auch bei Ethereum an. Hier haben wir ein Szenario, das haben wir heute mitgeteilt. Wie das Ganze funktioniert, haben wir ein Video in unserer Telegram Trading Gruppe veröffentlicht, für alle, die das Thema Trading interessiert und auch Shorts und Longs sehr, sehr gerne. Bei Ethereum haben wir hier die Zielbox von damals von unten, jetzt nun die Möglichkeit, diese von oben zu küssen und dann eben nach dem Kurs hier entsprechend weiterzugehen. Das heißt, auch das bleibt unsere primäre Erwartung, dass wir nochmal einen Peak nach oben sehen. Auch wenn wir jetzt hier eine leichte Korrektur sehen, ist das unsere primäre Erwartung bei Ethereum. Ebenso schauen wir uns das ganze Thema Aptos an. Unsere Rakete, die letzten Tage, Wochen, sehr, sehr schöne Anstiege. Hier muss man ganz klar sagen, wenn Sie sich das mal auf dem Wochenchart anschauen, ja, das ist einfach unfassbar, wie am Kryptomarkt eben Coins explodieren können. Ja, und unser Szenario war ja damals hier, als wir gesagt haben, okay, jetzt geht es dann mal nach oben, aber dass wir natürlich kerzengerade in drei Wochen das ganze Thema hier so zerlegen, war jetzt uns auch nicht klar, nichtsdestotrotz haben wir gesehen, dass wir starke Anstiege hier verzeichnen, 422% in der Spitze. Aptos aktuell, Plus-Guy-Effekt, auch das haben wir bereits erklärt in unserem Krypto-Trading-Kurs und bei Aptos erwarten wir in Kürze 20 Dollar circa. Das sollte die nächste markante Ziffer für uns sein. Ja, dann schauen wir uns Link an. Link würde ja gewünscht, irgendwann mal Chat, Videobeschreibung irgendwo und das haben wir natürlich sehr, sehr gerne aufgefasst und Ihnen nochmal detaillierter mitgebracht. Bei Link ist es so, er ist noch sehr unentschlossen und wir möchten Ihnen hier zwei Szenarien mit an die Hand geben. Im Szenario 1 sehen Sie hier direkte Anstiege, wir hatten hier unser Ascending Triangle, ein neues Low gebildet, Ausbruch, hier entsprechend unser Zielbox erreicht und nun sollten wir so entsprechend nach oben kommen. Wir sind hier in dem Bereich 0,887er und 0,786er von Aptos hat er sich abgeholt, hat sich hier zurückgekämpft sehr schnell, ist oft ein sehr bullisches Zeichen, wenn ein Kurs zurückkommt und dann können die Trendwende quasi hier noch eingeleitet werden. Jetzt muss man aber ehrlicherweise dazu sagen, und das möchten wir auch hier ganz klar kommunizieren, viele, viele Coins, Altcoins, die so seitwärts gehen wie Link, so in diesem Bereich, da kommt es irgendwann zu einem harten Knall. Entweder geht der Knall nach oben oder nach unten und dieser Knall, muss man ehrlicherweise sagen, sieht aktuell wie folgt aus. Es gibt ein Sekundärszenario, dass er hier ein neues Low bildet, das neue Low wäre bei unter 5,26 Dollar und dann hier durchstartet. Da wäre hier unsere Zielbox zwischen 4,17 Dollar und 5,05 Dollar und das sollte Link entsprechend dann abholen, sollte es bei Bitcoin tiefer gehen, denn dann würde es diesem Coin gut tun, neue Impulse hier zu starten. Das ist unsere Meinung zu Link und unsere Mini-Einstiegsbox hier unten sollten wir tiefer kommen. Ansonsten könnten wir auch hier die Möglichkeit haben, hier direkt raus zu starten und solange wir dieses Szenario hier noch halten, ist unsere direkte Durchkommen auch ohne Probleme hier möglich. Dann schauen wir uns noch Solana an. Solana macht hier sehr, sehr viele Faxen. Das heißt, hier hatten wir einen Trade, Stop Loss, 25% realisiert, Stop Loss auf dem Entry, soweit alles in Ordnung. Ja und jetzt haben wir hier diesen Kanal, den wir immer wieder geküsst haben, rein, raus, rein, raus. Also das sind jetzt, wie gesagt, passen Sie da bitte auf aktuell, wirklich Spielchen rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Es wird hier aktuell sehr, sehr viel aus dem Markt genommen und viel Geld eingesammelt. Bitte vergessen Sie das niemals. Sie sind am schwersten Finanzmarkt der Welt und wir werden uns jetzt in diesem Zuge nach Solana gleich nochmal den US30 Dow Jones anschauen. Dann wird hier nochmal einiges für Sie klarer. Deswegen aktuell erhöhte Wohler, passen Sie da bitte auf. Ganz wichtig, wir haben hier gesagt, wir stehen hier in der Trendwendebox, hier bei 0786, 6er Fibonacci, haben wir hier unten abgeholt. Ja und wenn das entsprechend passt, dann sollten wir hier nochmal hochkommen in den Bereich der 27,8 und 29,2 Dollar. Nichtsdestotrotz haben wir hier auch ein Sekundär-Szenario für Sie eingezeichnet, jetzt mal in den unteren Bereich und auch hier könnten wir dann so ansteigen. Beides ist möglich, deswegen wir zeigen Ihnen beides. Primär erwarten wir hier immer noch die direkten Anstiege und wie gesagt, aktuell sehen wir viel Phishing. Deswegen schauen wir uns das von der Seitenlinie an, bis wir einen klaren Trade sehen und dann pushen wir wieder rein in den Markt und teilen das natürlich dann auch in der Trading-Gruppe. Ja, dann schauen wir uns hier noch das Thema Audios an, unsere primäre Erwartung hier bei Audios. Ausgebrochen, sehr schöner Trade. Vielen Dank für die tollen Kommentare, für die tollen Zuschriften, ihr seid wirklich der Wahnsinn. Herzlichen Dank nochmal an alle. Ja und bei Audios ist es so, wir haben hier unsere Trend-Wende-Box, haben hier nun einen Falling Wedge, unerwartend hier weitere Anstiege in den Bereich 44 bis 48 Cent. Wichtig aber, es gibt da ein Sekundär-Szenario, das heißt wir brechen hier durch nochmal, hier in den Bereich der 19,20 Cent. Ja und gehen dann auf die 43 bis 49 zu. So viel mal unsere Erwartung, aber unsere Primärerwartung bleibt hier mit den Einstiegen hier, dass wir hier nach oben kommen. Ja und dann schauen wir uns noch final Tamadoge an, für jeden der Shitcoin interessiert ist und damals den Hype von Shiba Inu verpasst hat. Unsere persönliche Meinung hier ist Tamadoge mit einer der Kandidaten, der früher oder später sehr, sehr ausrasten kann. Wir sehen hier nun nach der Berechnung die ersten Anstiege, Stabilisierung und auch hier gehen wir davon aus, dass Tamadoge demnächst mal ausrasten wird und wir haben hier entsprechend auch eine Zielbox hier oben definiert. Das heißt hier haben wir dann schon bereits einen X5 fast hinter uns, wenn wir diesen Bereich gehen. Deswegen auch hier, wir sehen ohne Probleme nach wie vor Tamadoge sehr, sehr stark an und gehen davon aus, dass das unser Shiba Inu von 2022 werden kann. Unsere persönliche Meinung, es gibt natürlich noch Bonk auch auf dem Radar, aber unser Favorite hier ist eher Tamadoge, für alle die es interessiert und die Shitcoin interessiert sind. Ja, lassen Sie dem Video einen Like da. Vielen Dank an dieser Stelle und ja, bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank. Schönen Abend, machen Sie es gut. Tschüss, ciao, danke.